Hallo zusammen! Tesla hat mindestens einen geheimen Wettbewerbsvorteil. Der ist wichtig, wenn es um die PKWs geht. Der ist aber vielleicht sogar noch wichtiger, wenn es um die Einführung des ersten vollelektrischen E-LKWs, dem Tesla Semi-Truck, geht. Darüber wollen wir heute sprechen und ich habe noch tolle News bezüglich der Erfolgsgeschichte des Model Ys in Europa. Bleibt also dran. Vorher gibt es wie immer noch den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör findest du jetzt exakt passend für deinen Tesla mit dem neuen Shop4Tesla-Konfigurator. Und mit Holy habt ihr eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Blödsinn wie Zucker oder künstliche Aromen. Über die Links in der Beschreibung bekommt ihr Rabatt und ermöglicht es mir, für euch dieses Video zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier wie immer über Tesla News. Bevor es losgeht, noch ein großes Dankeschön an den Michael Riedel. Der hat hier auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen. Danke an dich an dieser Stelle. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bevor ich zu Teslas Wettbewerbsvorteil komme, schauen wir uns zuerst einmal neue Bilder des Tesla Robotaxis an. Die sind bei einem Event bei der Gigafactory in Texas aufgetaucht. Dort wurde das Fahrzeug nochmal gezeigt. Und hier ganz neu seht ihr das Robotaxi erstmals ohne die Felgenabdeckung. Für die Podcast-Hörer unter euch, die Felgen darunter sind schwarz und hinten kann man sogar Bremssättel in rot erkennen. Schaut also auch gut aus ohne die Abdeckung. Und ich finde das schön, dass selbst bei einem vollautonomen Fahrzeug Tesla hier auf solche Details achtet. Kommen wir zu einer Meldung aus dem chinesischen Markt. Wie ich euch erzählt habe, wird das Q4 bei Tesla ein Rekordquartal. Denn Tesla hat uns im Earnings Report fürs dritte Quartal versprochen, dass sie dieses Jahr weiter wachsen werden. Um dies zu erreichen, muss Tesla im vierten Quartal mindestens 514.000 Fahrzeuge an Kunden liefern. Und falls ihr euch zurückerinnert, das bisher erfolgreichste Quartal bei Tesla, was Fahrzeugdeliveries angeht, Das war das Q4 2023. Da lagen sie bei 484.000 Einheiten. Also um dann hier 514.000 bzw. vielleicht sogar 520.000 oder 530.000 Fahrzeuge im Q4 zu liefern, muss noch einiges passieren. Und die Meldung aus China, die zeigt, dass Tesla sich bereits jetzt, also relativ früh im Quartal, darauf vorbereitet. Denn sie haben die 0% Finanzierung im chinesischen Markt nochmal um einen Monat verlängert. CNEV-Post.com, die schreiben hier, Tesla verlängert das Angebot eines zinsfreien 5-Jahres-Kredits in China bis zum 30. November. Chinesisch Kunden, die bestimmte Varianten des Model 3 und des Model Y vor dem 30. November kaufen, die können laut Informationen auf der chinesischen Webseite des US-amerikanischen Elektrofahrzeugeherstellers weiterhin von einem zeitlich begrenzten Finanzierungsprogramm mit 0% Zinsen über 5 Jahre profitieren. Das gilt übrigens für Model 3 und Model Y für alle Fahrzeugvarianten außer dem Performance-Modell. Weiter steht in dem Artikel ganz richtig die ständige Verlängerung dieses Anreizes, denn der läuft seit April. Unterstreicht, dass es im hart umkämpften Elektrofahrzeugemarkt Chinas für Hersteller von Elektrofahrzeugen schwierig ist, bereits angebotene Anreize zurückzunehmen. Dies würde eine Erhöhung der Anschaffungskosten für die Kunden bedeuten und könnte dazu führen, dass sie sich für ein Konkurrenzmodell entscheiden. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite kann sich Tesla das auch leisten, denn sie sind als einziger Hersteller in der Lage, profitabel E-Autos zu bauen und zu verkaufen, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern inklusive der chinesischen Konkurrenz. Ein weiterer Aspekt, der hier zum Tragen kommt und dabei nicht im Artikel steht, der ist, dass Tesla sich natürlich auch selbst Konkurrenz macht, zum Beispiel durch das anstehende Model Y Juniper, also den Refresh des Model Ys, der ja Anfang nächsten Jahres erwartet wird. Der sogenannte Osborne-Effekt, dass Kunden dann auf das neue Fahrzeug warten, der ist real. Und mit Sicherheit auch im Hinblick darauf ist es für Tesla eben wichtig, hier die entsprechenden Anreize zu schaffen. Und wie gesagt, wir sehen diese Subventionierung der Finanzierung bei Tesla in fast allen Märkten. In den USA gibt es das für Model 3 und Model Y, genauso eben wie im chinesischen Markt, bei uns immerhin für das Model Y, bei Model 3 bei uns sind leider die Zinsraten noch sehr, sehr hoch. Das liegt mitunter daran, dass das Model 3 nicht in Europa gebaut wird und ich denke, es macht für Tesla eben einfach mehr Sinn, diese Fahrzeuge lokal in China oder eben in den USA zu verkaufen. Reden wir jetzt aber mal über einen der geheimen Wettbewerbsvorteile, die Tesla hat und um das zu beleuchten, schauen wir uns die Entwicklung beim Tesla Semi-Truck an. Die Rede ist von der Ladeinfrastruktur und auch von den Speichern und ich erkläre euch auch gleich, warum das so wichtig ist. Das ist ein Vorteil, den Tesla übrigens auch im Pkw-Bereich spielen kann, aber im B2B-Bereich bei den Kunden in der Logistik, da dürfte das eine noch größere Rolle spielen. Wir schauen uns gleich an, warum. Zunächst einmal ein Blick auf die aktuell sich im Bau befindende Gigafactory für den Tesla Semi-Truck. Denn wir wollen nicht vergessen, bei Tesla sind die Fabriken auch das Produkt. The Machine that Builds the Machine, so nennt Elon das. Und wir sehen hier dank eines Videos von Hindrich Zane, dessen Kanal ihr übrigens unbedingt abonnieren solltet. Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Er dokumentiert hier regelmäßig mit Drohnenflügen den Fortschritt beim Bau dieser neuen Gigafactory. Und siehe da, hier hat sich einiges verändert. Wir erinnern uns zurück an einen Post von Dan Priestley, dem Chef des Semi-Trucks-Programms bei Tesla. Und der stammt vom 27. August, da wurde gerade der erste Stahlträger in den Boden gerammt. Und nur wenige Wochen später schaut das eben schon nach einer halben Fabrik aus. Tesla-Geschwindigkeit also beim Bau, hier sicher auch einer der großen Vorteile, die Tesla hier mit sich bringt. Denn wie gesagt, die Fabrik ist das erste Produkt, die das zweite Produkt, den Tesla Semi-Truck, dann in der Massenproduktion möglich macht. Zu dessen Erfolg tragen aber mehrere Komponenten bei. Und hier hat Tesla einen ganz besonderen Vorteil. Der ist besonders deutlich geworden in einer Unterhaltung auf Ex zwischen einem Tesla-Fan, der hier über die verschiedenen Vorteile von Tesla philosophiert. Und der hat Antwort bekommen von niemandem Geringeren als Dan Priestley höchstpersönlich, dem Chef des Semi-Truck-Programms. Und das lesen wir uns jetzt mal kurz durch. Er stellte erstmal eine Vermutung in den Raum und schrieb, ich kann mir vorstellen, dass die Tesla-Trucking-Abteilung einen Servicebereich haben wird, der einen schlüsselfertigen Beratungs- und Installationsservice für Tesla Semi-Truck-Ladestationen anbieten wird. Was absolut entscheidend sein wird für die Massenakzeptanz des Tesla Semi-Trucks in einem B2B-Modell, ähnlich wie das Tesla Energy mit den Megapacks gemacht hat. Das wird Tesla einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da andere Hersteller von eLKWs nicht mit Tesla-Ladeinfrastruktur und Installationskosten mithalten können. Niedrigere Kosten plus besserer Service ist gleich schnellere Akzeptanz und ein schnellerer Weg zu gewinnen. Tesla gewinnt dabei in allen Bereichen. Und eine Sache will ich da noch ergänzen. Und das sind die Speicher. Für mich hat Tesla hier ein sogenanntes Triple Play am Start. Also ein Angebot einer Gesamtlösung für den Kunden, bestehend aus den Fahrzeugen, aus Speicher und eben auch aus der Ladeinfrastruktur. Theoretisch sogar aus der Energiegewinnung. All das ist dann genau eben diese schlüsselfertige Lösung, die Tesla den B2B-Kunden anbieten kann. Und durch die Erfahrung, die sie dabei mitbringen, hat Tesla in der Tat einen Wettbewerbsvorteil. Und das bestätigte Dan Priestley. Schaut mal her. Er schrieb, wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sie die passende Ladelösung für ihre Betriebsanforderungen haben. Durch die Nutzung der intern entwickelten Hardware, die wir mit Tesla Charging, also den Superchargern, teilen, so wie unsere Erfahrung aus dem Ausbau von mehr als 60.000 Superchargern, können wir oft Schnellladestationen für den Tesla Semi zum Preis von etwa 500 US-Dollar pro Kilowatt bereitstellen. Und das sind die vollständigen Kosten für den Kunden, schreibt er hier. Es ist nicht ungewöhnlich, dass konkurrierende Installationen mehr als das Doppelte kosten. Teslas vertikale Integration, Skaleneffekte und entwickelte Bautechniken ermöglichen diese Einsparungen und machen den Tesla Semi-Truck noch attraktiver. Ja, und genau darin besteht dieser Wettbewerbsvorteil. Der ist auch für die PKWs wichtig und dort haben wir das ja bereits erlebt. Bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA sind Angebote, die von Tesla kommen, zum Teil 50% günstiger als die Wettbewerber. Wir haben bereits sogar auch Ausreißer gesehen, bei denen das 70% und mehr war. Tesla hat also durch die interne Entwicklung einen signifikanten Vorteil, wenn es um das Entwickeln von Konzepten und den Ausbau der Infrastruktur beim Kunden geht. Und davon wird der Tesla Semi-Truck natürlich massiv profitieren. Denn gerade die Vorbereitung zur Umstellung auf eine elektrische Flotte im LKW-Bereich, die ist massiv wichtig und da kann Tesla eben dem Kunden ganz besonders weiterhelfen. Günstiger ist das Ganze auch noch und deswegen wird der Tesla Semi-Truck auch ein absoluter Erfolgsschlager werden. Ein anderer passender Post auf Ex dazu, der kam übrigens von Lars Moravy, einem der Top-Executives bei Tesla, der schrieb, der Tesla Semi-Truck, der kommt bald in großen Stückzahlen. Und wir haben ihn so überlegen gemacht, dass jeder, der ihn nicht nutzt, abgehängt wird. Teslas Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die die Menschen lieben oder in diesem Fall Unternehmen im Schwerlasttransport. Ja, gute Nachrichten also für den Tesla Semi-Truck und wir beobachten natürlich weiterhin den Aufbau dieses neuen Produkts bei Tesla und damit meine ich erstmal die Fabrik. Positive Nachrichten gibt es diese Woche auch vom Tesla Model Y. Wir hatten es im Earnings Call bereits gehört. Das ist weiter auf Erfolgskurs in Europa. Und dabei dachten wir doch alle, dass in Europa Elektroautos erstmal nicht mehr gebraucht werden. Zusätzlich zu dieser Aussage von Tesla sind jetzt erste offizielle Zahlen da. Und die schreibt hier ein Artikel von DriveTesla Canada, die schreiben, das Tesla Model Y war im September das meistverkaufte Auto in Europa. Laut vorläufigen Verkaufszahlen von DataForce. Diese Zahlen wurden übrigens von Automotive News Europe veröffentlicht. Und, so schreiben sie weiter, in seinem Finanzbericht, also Teslas Finanzbericht fürs Q3, bestätigte Tesla, dass der Wagen im September tatsächlich das meistverkaufte Fahrzeug in Europa war. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass das mittelgroße SUV den Spitzenplatz bei den monatlichen Verkaufszahlen einnimmt. Und dies geschah trotz des Rückgangs der Model Y-Verkäufe um 3,6% im letzten Monat auf 28.680 Einheiten in Europa. Dennoch lag das Model Y etwa 8.000 Einheiten vor seinem nächstgelegenen Rivalen. Ja, und da fragt man sich, wie schaut eigentlich die Lage insgesamt hier in Europa aus? Und genau das beschreiben sie dann im weiteren Abschnitt. Da steht, der Dacia Sandero, der führt die neuen Monatsverkäufe, also von Anfang des Jahres bis jetzt, mit 203.474 Einheiten ein. Gefolgt vom VW Golf mit 165.370, dann der Renault Clio 162.000, der VW T-Roc belegt mit 156.803 verkauften Einheiten den vierten Platz. Und dann kommt auf Platz 5 das Tesla Model Y mit 155.428 Verkäufen. Allerdings, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, stehen Tesla noch drei der verkaufsstärksten Monate bevor, sodass sich seine Position in den Top 5 des Jahres noch ändern könnte. Und hier erinnere ich nochmal, was ich über das Q4 gesagt habe. Wir erwarten hier ein absolutes Rekordquartal von Tesla. Sie schreiben weiter, im August war das Model Y das acht meistverkaufte Auto in Europa im Vergleich zum neunten Platz im Juli. Das kompakte SUV wurde ja 2023 erstmals das meistverkaufte Auto in Europa und hat immer noch gute Chancen, diesen Titel zu verteidigen. So schreibt hier dieser Artikel. Und naja, zum Dacia Sandero ist es natürlich noch ein weiter Sprung. Ich persönlich tippe auf Platz 1 oder 2 für das Model Y in Europa. Weltweit, denke ich, wird es definitiv auf den Platz Nummer 1 kommen. Und Tesla, die trollen richtig auf X darüber und schreiben, aber das Auto ist doch viel zu groß für Europa. Danke an alle Besitzer, ihr seid klasse. Ja, und dem kann ich natürlich nur beipflichten an alle Model Y Besitzer da draußen. Ihr seid wirklich klasse. Wir schauen mal, wie die ganze Sache ausgeht. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an alle, die meinen Referral Code benutzt haben. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich danke euch dafür. Macht das ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tesla Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör findest du jetzt exakt passend für deinen Tesla mit dem neuen Shop4Tesla-Konfigurator. Und mit Holy habt ihr eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Blödsinn wie Zucker oder künstliche Aromen. Über die Links in der Beschreibung bekommt ihr Rabatt und ermöglicht es mir, für euch dieses Video zu machen.